Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank. Ja, geh rechts. Ich geh von links. Ach, scheiße. Es sind zehn. Zehn von links oben. Okay. Wo ist ein Werder 13? Scheiße, man. Werder 13? Wir brauchen dich aus Nordwest. Okay. So, super. Ja, jetzt haben wir sie gleich in den Kessel. Jetzt machen wir sie. Gleich kriegen wir sie. Werder 13 ist tot. Egon 12? Ah, geil. Ja, komm. Krieg sie. Krieg sie. Krieg sie. Krieg sie. Krieg sie. Nee, ne? Hallo? 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 Nein, ich bin nicht süchtig. Ich bin nicht süchtig. Einfach nur die Staten. Zieh. Fauch. Ja, wissen wir. Mach hin. Passwort? Ich hab da noch nie ein Passwort eigentlich müssen. Seit wann hast du ein Passwort? Scheiße, Passwort, 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 Passwort. Passwort, Passwort, Passwort. Shoot the fuckers. Shoot all the fuckers. Shoot fuckers 812. Scheiße, scheiße. Shoot. Shoot em all. Shoot. All the best for mama. Monkey. Traudl. Alle Standard-Fassworte funktionieren nicht. Ich bin nicht. Habe ich den eingespeichert? Wie heißt der eigentlich? Gimp 12. Bernhard. Ja, Bernhard. Geh rein. Scheiße, der spielt noch. Der ist noch drin. www.hypoallergicum.com Was ist denn das für eine Scheißseite? Doch, kein Mensch. Ist schon wieder da. Ach so, ich hab hier so einen Scheiß... Hallo, bist du... Ja? Ja? Du, ich weiß, dass du noch drin bist. Ich bin's. Wie wär ich? Na, ich... Na hier, Monkey12. Ja, nee, bin ich tot. Ich bleib in meinem Scheiß Kistensaft geschmiert. Wo seid ihr denn jetzt grad? Ach, geil. Cool. Geil. Ja, dann... Ähm, äh... Ich glaub, da müsst ihr noch... Ach so, ja. Wie? Orange12 ist auch tot? Scheiße. Zu zweit? Ja, ich fahr hier grad wieder hoch, aber ich krieg hier nur irgendwelche Scheißseiten auf meine... Hypoallergicum. Keine Ahnung, was das ist. Ich hab irgendeinen Scheiß eingefangen. Ich weiß... Warte mal, jetzt bin ich wieder online. Ja? 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 Ah, cool. Sag mal, ähm, also ich schalte hier mal an so ein Passwort. Ähm, hast du eine Idee? Tja, keine Ahnung, warum du eine Idee haben könntest. Ich hab... Ich will ja nicht stören. Ich will wieder mitspielen, verdammte Scheiße. Sag mal irgendwas. Was fällt hier ein? Was könnte man als Passwort? Passwort. Ha, witzig. Irgendwas anderes? Hab ich schon. Hab ich auch ausprobiert. Ja, Standard. Nee. Ja, das kann die gehen. Fuck, gründelos. Ja, bin dran. Super. Okay, dann bis gleich. Tschüssi. So. Mann, 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 ist das alles aufregend? So. Ha. Ja. Und weiter geht's. Nein. Ja, bin wieder an Bord. Haha, ja. Kann weiter gehen. Großes Finale, würde ich sagen, oder? Ja, ja. Komm, komm. Den kriegen wir. Raus. Von Nordwesten. Ja, und wenn wir nur zu zweit... Hallo? Hallo? Scheiße, ich bin alleine. Okay. Haha. Ich mach euch platt. Habt ihr schon mal einen Martellum? Komm, komm. Ja. 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 Ach, so fühlen sich Gewinner. Ich brauch kein Hypoallergikum. Scheiße. Ich brauch mich für nicht. Jetzt kann mal einer sagen, die Jugend macht keinen Sport mehr. Junge, Junge, Junge. Fetzt. So, fünf Minuten ausruhen und dann fünf von vorne. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank.